Willkommen Leute bei dem neuen Projekt der Mining WG. Ich bin jetzt gerade noch allein, gleich gehe ich aber in TeamSpeak rein. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in TeamSpeak rein, muss dann eben die Lautstärke anpassen, damit das auf den Kopfhörern richtig ist. Und ja, ich platze dann jetzt mal bei den anderen in die Aufnahme rein, würde ich sagen. Moin, Son. Moin. Moin. Wer platzt denn dann in die Aufnahme? Ja, ich platze in die Aufnahme. Ich habe gerade gesagt, ich platze jetzt bei den anderen mal in die Aufnahme. Ja, hast du super geschafft. Ja. Ja, ja, das war früher alles abgesprochen, dass wir das jetzt genau so sagen. Genau. Dass er sich jetzt cool fühlen kann, dass er ahnen konnte, was ich jetzt hier so sagen. So, jetzt bin ich auf dem Server drauf. Nein, jetzt erst. Und ja, bei mir lockt es nur ein. So, und wir spawnen hier am Brunnen direkt in der Stadt. Und ich gehe mal auf mein Grundstück. Was habt ihr schon so geschafft? Äh, Quantum-Rüstung. Ja. Ja. Aber sonst nichts weiter. Einmal sterben. Achso, bei mir sind jetzt dabei der Freakminer, der Jens von den Freakminers, der Mr. Cracky ist dabei, der Leo, der 556 Leo, der Veranstalter ist dabei und der Smonchi, der Endgame Florian 8D heißt und bald einen neuen Account hat, soweit ich das weiß, oder? Jo, stimmt. Genau. Ähm, ich mache erstmal meinen Minecraft-Ton richtig. Warte, ein bisschen zu laut. So. Ähm. Ja, weiß nicht. Seid ihr gerade mein oder sowas? Ich sehe euch unter der Erde. Ich war gerade mein und komme jetzt erstmal zurück. Okay. Ich bin auf meinem Grundstück. Achso, dein Grundstück ist ja so hügelig. Ja, vor allem bei mir und Smonchi wird es auch ein bisschen interessant, wie wir das hier so, wie wir so mit unserem Grundstück hier umgehen. Jo. Entweder macht ihr alles platt oder ihr versucht euer, euer Haus nicht zu passen. Also alles platt wird, denke ich, so 30 Folgen dauern. Ja. Und ich schätze mal, das Anpassen sieht doch besser aus. Ja. Die Regel war, dass man 300, äh, 200 Blöcke weg sein soll, ne? Genau. Ja. Okay. Sind wir auch. Ja, ich verziehe mich dann erstmal. Verdammt, ich brauche Kohle. Ja. Alter. Hier, ich bin über dir, Jens. Hier. Achso. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Schweine töten soll oder nicht. Ich kann dir was geben. Nee, ich möchte selber mein Startkapital erreichen. Möchtest du keine Holzschutzhacker haben? Nein. Nein, möchte ich. Damit habe ich nur 5, 6 Stände abgebaut. Ja, und trotzdem nicht. Ich würde mal sagen, dass wir pennen gehen. Ich habe kein... Oh, okay, wir gehen pennen. Ich mache noch kurz einen Waypoint da. Oh, ja, ich gehe pennen, warte. Da steht ein Creeper auf unserem Grundstück. Alter, bei ihm wie bei, äh, hier, YourCraft und so generell Vize-Beast-Born richtig viele Monster, finde ich. Okay, der erste Creeper ist auf unserem Grundstück explodiert. Scheiße. Ist immer geil, ne? Da kommt Anadons das erste Mal her und zack. Und darf die Creeper-Löcher stopfen. Ja, genau. Da wird sie sich freuen. Bald, wo ich mal. Also, ich liege. Wenn man mit mehreren aufnimmt, ist cool, braucht man keine Hintergrundmusik. Da werde ich trotzdem rein. Ich hause trotzdem rein. Jo. Ich glaube nicht, kein Bock. Achso, ich muss mein Bett eben aus der Kiste nehmen und dann, oh, er schießt mir genau ins Gesicht, du hässliche Skelett. So, also, ich liege im Bett, ne? Was ist passiert. Ich glaube, deswegen brauche ich Kohle. So, jetzt aber. Deswegen brauchst du Kohle. Ah, das ist ja. Kann ich gleich mal mit mir wieder verpissen, ne? Mach mir jetzt einfach drei Holzkohle. Kann das hässliche Skelett mal sterben, so. Ein Knochen hab ich schon mal sauber. Oh, ein Knochen. Ja, Mann, ich freu mich richtig. Ich geh jetzt nochmal sterben, weil ich nichts mehr zu essen hab. So, normalerweise sport man ja bei Timeset 0 und dann geht's jetzt los auf meinem Grundstück. So richtig jetzt erstmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir mussten vorhin auch schon mitten in der Nacht starten. Ja. Ist mir egal. Ich schau mal, was man nochmal für das Powerzeug braucht. Okay, okay. 200 Blöcke sind ganz schön viel. Nee. Irgendwie schon, ne? Irgendwie nicht, ne? Ja, aber irgendwie die Grundstücke gehen ja bis 150, ne? Naja. Das ist halt das Problem. Müsst du nochmal anders machen. So. Als würdest du da großartig anders machen. Achso, nee, funktioniert ja. Ich weiß jetzt nicht. Also, ich nehm hier grad auf, direkt als der Server angemacht wurde jetzt. Also, so richtig fertiggestellt wurde. Ist immer noch diese Spawn Protection Fail hier. Ja, aber man könnte ja eventuell das Grundstück woanders hinpacken. Weil es sind ja Leute jetzt hier noch, äh, haben ja noch Grundstücke, die nicht mehr dabei sind, sag ich mal. Ja? Ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, ja. Ja, da drüben das, was ich viel besser fand als meines. Deswegen kriegst du's nicht. Achso, wahrscheinlich, äh, hier, der Smonschi hat so'n richtig jügeliges, äh, Grundstück. Ja. Mit Zumpf drin sogar. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Dann wie für dich so gut? Boah, ich freu mich richtig. Das Projekt geht los. Wooh. Ich hab schon 30 Sticky Resin. Also, wer Rubber braucht's. Auf jeden Fall. Ich hab auch übelst Bock auf das Projekt. Ich hab, äh, mal nachgeschaut, wie ich mir ne automatische Rubberfarm mache. Äh, Sticky Resin-Farm meine ich. Ja. Soll ich echt sagen, wie? Hast du das? Na, wahrscheinlich mit Steve-Karts 2, wa? Nein. Ähm, im, äh, hier im, äh, Mod-Pack, wie heißt es denn jetzt? Ich glaub, Twilight Forest ist ne Tree-Tab drin, die automatisch die Dinger erntet und dann werden, äh, Sticky Resin gedroppt. Äh, und das sammeln dann meine Golems auf, die ich von Soundcraft bekomme. Die packen das in ne Kisse, das wird dann über Transport-Pipes in einen Extractor gepackt und dann krieg ich automatisch... Also, zwei Folgen noch, dann hast du das. Ja, zwei Folgen, dann, ja. Oh, gut. Na dann. Vielleicht noch diese Folge, Alba. Oh, ich bin dumm. Oh, ja. So. Dann sagst du das. Achso, was ich, äh, jetzt noch sagen kann, der Server ist von Rock, ähm, Rock Server, ne? Rock-Server, genau. Ja, Rock-Server. Ist echt ein cooler Host, also ihr seht ja, es läuft alles richtig lagfrei. Und ja. Auf jeden Fall ist mal einmal vorbeischauen Pflicht. Ist in der Beschreibung an erster Stelle, soweit ich jetzt weiß. Na, bei mir ist er an zweiter Stelle. Bei mir steht vorher noch so, like, wenn dir das Video gefällt. Like, leider, YouTube. Ja, aber nur wenn's denen gefällt, ne? Ja, mir gefällt's, ne. Hä? In Sinne, wenn's denen nicht gefällt, können die das halt geben. Ups. Hm, ich brauch' nix. Okay, dann schick' mir mal den Link, wenn's da hast. Jo. Ich bin dabei, also, kann's, gefällt's mir schon mal nicht. Du hast drunter schreiben, voll vom Mega-Projekt geklaut. Was hast du jetzt gesagt? Ja. Hat einer, äh, von euch schon den Kessel geklaut? Ja, ich. Ihr Penner. Den braucht man doch für Thumbcraft, kann das sein. Jo, deswegen nehm' ich ihn ja mit. Ach, wollt ihr auch Richtung Thumbcraft gehen? Ich wollt' erst mal in Richtung Strom gehen. Ja, wollt' ich auch erst, aber dann in der Zeit werd' ich auf jeden Fall auch mich mit Thumbcraft beschäftigen. Ja, ich mein', die Sachen, die du für Strom brauchst, ist meist so Kopfer eigentlich nur, ne? Problem ist, man will alles machen und das dauert alles so lange und da muss man eigentlich immer voll die langen Folgen machen. Bei mir ist das so ungewohnt, weil ich parallel selbst noch Feet the Beast, okay, zwar Ultimate, aber auch Feet, halt noch Feet the Beast Ultimate zocke und da sehr weit bin. Und jetzt wieder... Achso, privat, aber nicht als Display oder so. Ja, ja, privat. Naja. Aber dann ist man immer so weit bei dem und dann nicht so weit hier, dann nimmst du mal Sachen nicht mit, dann brauchst du sie eben doch. Hey, ich, ich will jetzt Steine finden, aber ich weiß nicht, wie ich am besten zu Steinen komme. Okay, bei mir ist schon wieder die Memory weg, ich denke, ich beende die Folge mal und ja, schaut auf jeden Fall mal bei den anderen vorbei, was die so machen. Ja, genau, schaut auch mal bei dem Smonji vorbei auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Und dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Meine Folge läuft weiter, hey. Ja, ich hab wahrscheinlich zwei Minuten früher gecuttet oder so. Achso, du machst 15 Minuten vorhin genau. Ich mach, denke ich, 15 Minuten. Nein, ich will die erste gleich so länger ziehen als Farbenfolge so. Nein, nein. Ich muss oder so vorproduzieren, dann mach ich lieber irgendwie 3,15 Minuten anstatt. Nein, ich mach eine Dreiviertelstunde Folge. Nein, nein, nein. Und das lebst du dann mit deinem 2K-Internet hoch? Ja, mein Mann. Ich muss zum Morgen sowieso noch zwei Videos hochladen. Ja, über Nacht geht das ja, ne? Ähm. So. Alter, erstmal brauche ich Rubber, äh, Bäume. Rubber-Bäume. Ich hab schon viele abgefahren. Jo, ich auch. Ja, deshalb sind wahrscheinlich keine mehr da, ne? So. Wie war das außerhalb der Stadt des PvP an? Hast du was Gutes dabei, Tobi? Ne, hab ich nicht. Aber schade. Mann, ich mach cool. Und eine Anerküstung. Aber ich glaub, du hast was Gutes, oder? Nö. Nein, nö, nö. Nö. So, jetzt mach ich mir nochmal ein Schwert und geh da ein paar Schweine schlachten. So. Ich hab schon fast ein Stack von den Steaks. Alter, ihr habt fünf Minuten früher angefangen und dann ist alles weg. Ja. Ja, muss man halt immer früh machen. So. Mach ich ja nicht. Alter! Ja. Ahaha. Weil in dem Ding ist noch einer drin, ne? Ähm. Mr. Craig, ich, oder wer auch immer das geschrieben hat, hat den Namen von, äh, Sepp, ja von Sepp, halt falsch geschrieben auf der Whitelist. Big Hunter King 990, oder wie heißt der? Ja, äh, ich schreib ihn kurz. Dann, ne, achso, dann, ja, ich kann eben uns selber reingehen und den Whitelisten. Ja, dann mach das einfach nach der Folge dann. Ja, ich kann's auch während der Folge machen. Wie auch immer. Wie auch immer. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Die brauch ich grad am meisten irgendwie. Davon hab ich schon zwei Stacks. Hey, das doofe ist ja auch, dass du immer auf die ganzen scheiß Sepplings warten musst. Aber unterm Grundstück darf man ja die Erz abbauen, ne? Ja. Gut. Ich bin halt nicht in der Stadt. Und halt, optisch muss es schön sein, unter der Stadt kann's zerlöchert sein. Ja, gut. Achso, der weiß, wann ist das? Ja. Post einfach mal kurz im DS. So, schreib mir den. Hast du noch nicht geschickt, oder? Doch. Eigentlich macht's bei mir dann immer einmal Bling. Bei mir hat's Bling gemacht. Ich hab's ausgestellt. Oh, hier sind ganz viele Rubbertrees, die ernte ich jetzt. Ich hatte auch erst noch mal geguckt, es gibt irgendwie sowas mit, ähm, automatischen Abbauer davon, damit noch sowas, äh, wo drauf die Bäume, äh, womit Setzlinge automatisch gesetzt werden. Ja, das ist durch Steve Cutts 2. Das werd ich mir auf jeden Fall bauen. Aber ich hab dann im Endeffekt gesehen, dass du, äh, Rubber, äh, Wurz, äh, ganz, äh, Setzlinge brauchst, ganz viele. Ja, das stimmt. Und ich hab das über ne Zeit laufen lassen. Und dann hab ich mir gedacht, so effektiv ist das ja gar nicht. Nö, aber du hast dann auf jeden Fall auch immer Holz, ne? Ja, ja. Hast du das gesehen, wo man mit, äh, den Engines das macht, wo man automatisch Cola noch viel kriegt? Ne, hab ich mir soweit nicht angeguckt. Ich weiß halt nur das, was ich, äh, halt privat erspielt habe, sag ich mal. Ah, so. Yeah, ich hab einen Rubber, ne, zwei Rubbertrees haben. Setzlinge. Uh, fortgeschritten. Bin schon voll Wald. Bin auch gespannt, was so alles auf der Handelstafel stehen wird, Wald. Eine Quantumhose gegen eine Eisenhose. Okay. Getauscht. Deine Mutter gegen deinen Vater. So. Ui, drei Rubbertreesetlinge. So. Was hiermit so zu bereden? Keine Ahnung. Bin gerade am Holz klauen. Ich bin gerade am Holz, ey. Aber auf einen guten Holz klauen. An seltenen Holz. Baust du den blauen Baum ab, oder? Achso, stimmt. Du baust den blauen Baum ab, oder? Ja, magier. Genau, ich baue den blauen Baum ab. So kann man nur Schad sparen später. Ja. alter Rubbertreesamen kriegt man auch, wenn man die Blätter abbaut oder nur, wenn man die automatisch verschwinden lässt. Ähm, auch abbauen, ich bin aber nicht sicher, ob da die Wahrscheinlichkeit geringer ist oder so. Hm, naja, die letzten lass ich mal stehen. Hä, Bug? Hä, hier liegt jetzt ein Samen, den ich nicht einsammeln kann. Passiert. Am Server liegt sicher nicht. Hm. So. Naja, dann lass ich den halt machen. Oh. Oh, es wird Nacht. Äh, ja, auch das passiert. Nehmen wir mal gleich ein bisschen Clay mit. Stimmt, das ist ne Idee. Aber ich hab jetzt keine Schaufel. Scheiß drauf. Für den Coal-Ka-Äh, Coke-Ofen. Ja. Für, äh, äh, du brauchst ja für Cheaten brauchst ja so viel Zeug, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man die normalen trotzdem machen kann. Ne, kannst du nicht. Du brauchst dafür ja irgendwie so ganz viel Zeug. Ah, okay. Irgendwie so Creosot-Oil und dann, äh. Ja, ja, das weiß ich, wie ich das auch herstellen kann. Ja. Halt mit diesem Coal-Cook-Ofen. Ja, genau. Damit kriegst du ja auch die bessere Kohle und so. Die viermal so gut ist. Stimmt, ja, 16k, ne, macht die, glaube ich. Und die normale nur vier. Da bin ich informiert. Ich hab'n Baum gefunden, wo ne Kiste auf jeden Fall drunter ist. Alter. Was ist drin? Zehn dir? Weiß ich nicht. Ich bin noch ein Stück weg. Ich seh' das nur erstmal. Das sind ja die Bäume, wo die Haufen Spinnenweben mit dran hängen. Da sind ja dann auch Spinnen mit drinne. Mal schauen. Also ich hab' schon mal über einen Stack, ähm, Robber auf jeden Fall jetzt. Von den Robber-Trees. Okay. Okay, also. Es ist Saumion Ingots drinne. Zwei Eimer. Kupfer, Kakaobohnen, Dumpauder, Brot und Weizen. Oh, ich will auch. Ja man, schon alleine das Saumion. Das Zeug ist ganz krass. Oh, ich hab' nichts mehr zu essen. Alter, bleibt dir mal stehen, ihr Schweine. Ich glaub' ich geh' mal gleich wieder nach Hause. Wart ihr schon in der Mine? Ähm, nur... Nicht wirklich. Ganz kurz halt so immer, was halt so halb an den Oberflächen war, sag' ich mal. Okay. Ja. Also so ein bisschen Eisen und sowas hab' ich schon und Cola. Sehr schön. So, jetzt hab' ich schon mal hier Slimes. Slime Balls, man. Alter, die bringen krass EP. Jo. Alter, da ist mein Schwert schon fast wieder kaputt. Ich hab' schon ein zweites Schwert. Ja, ich auch. Achso. Und du bist ja schon wieder fast kaputt. Achso. Ich glaub', ich geh' gleich mal wieder nach Hause. Mach' ich mir eine Zaumium-Spitzhacke oder ein Schwert. Hm. Das darfst du so machen, wie du möchtest. Hm. hmm Siehste, wir müssen doch Musik im Hintergrund Ja, wenn so jeder ruhig ist Ja, wir sind alle jetzt in Konzentrationsphase Ja, was soll denn das erst werden, wenn wir anfangen zu curften? Kein Wärme Ich würde auch so vorschlagen, dass irgendwie, wir über irgendwie was weiß ich, dass Zuschauer oder sowas Themen in die Kommentare schreiben worüber man halt vielleicht sprechen kann Dafür bin ich auf jeden Fall auch immer Ich habe jetzt hier vom Let's Play noch über eine DIN A4-Seite komplett voll mit Themen, ich packe dir mal immer aus Ja, dann kann jeder irgendwie diskutieren, jeder hat ja immer so verschiedene Meinungen So, also, wir haben da Ob es Geister gibt, das hat mir mal, nee, und Paralleluniversen Äh, das hat mir mal Also ein Paralleluniversum gibt es auf jeden Fall sogar zwei, einmal die Nether und Twilight Forest Das stimmt Jo, diskutiert ihr bitte mal weiter Ich bin nochmal weg für heute Alles klar, hau rein Jo, ciao, viel Spaß noch Jo, danke Ciao Äh, dann haben wir noch Äh, warte, ich lese mal gerade vor Ich muss ein bisschen aufpassen Ähm Ups, jetzt habe ich mich aus Versehen ins Bett gelegt Was, äh, Beziehung, Jung und Ne, Beziehung und Mädchen von Minecraft MTM Okay Jo, kein Plan Äh, warte, ich guck mal sofort noch Achso Ähm, Alter, hier sind viele Schweine Ich brauche ein Schwert Oh, nö Jetzt sind hier 200 Schweine auf einem Fleck Und Ich kann mir keinen Oh, da, gut, ich habe noch genug Um mir ein Schwert zu craften Ähm So, die schlachte jetzt erstmal Ey, sowas habe ich auch noch nicht gesehen So viele Schweine auf einem Ort Oh, und hier sind so viele Viecher auch Alter, ich sehe, dass ich jetzt gleich sterben werde Okay Unsere Stadt ist auch echt sicher vor Monstern Wenn ich mal gerade so auf die Minimap gucke Auf jeden Fall Nee, ja, die meisten sind, glaube ich, eher unter Oder Glaube ich eher weniger Ach, komm, klar Ja, ich höre schon sehr viele Obwohl hier keine Höhle ist Ja, passiert So Weißt du, was unter deinem Grundstück ist? Hilfe Du kannst ja ein Curvy aufbauen In der Größe von deinem Grundstück Und dann hast du es komplett geebnet Bis auf dein Procure Oh, das ist jetzt blöd Wie, schon gestorben oder was? Nee, hier sind so viele Viecher Die ich töten Äh, so viele Schweine, die ich töten möchte Und hier sind so viele Creeper Spinnen Skelette Zombies und alles Dass ich mir die, äh, Schweine nicht töten kann Jo, passiert So, jetzt habe ich eine Spinne Ohne ein Leben zu verlieren bekommen Nein! Oh, ich habe vergessen, dass wir für den Creeper Vierschläge mit dem Steinschwert brauchen So, Zombie habe ich auch Jetzt den nächsten Creeper Scheiße Oh, jetzt der Creeper explodiert Egal Das Kleid hole ich mir jetzt nochmal Boah, die Das sind die schlimmsten Mobs in Minecraft Hat der einen Bogen gedroppt? Der hat einen Bogen gedroppt! Aber wahrscheinlich schon fast kaputt Nee, halb voll noch Ja, ja Ah Ja, ja So, ich würde mal sagen Ich gehe gleich auf die erste Höhentour Ja, warte, ich komme mit Alter, ich brauche auf jeden Fall eine Rüstung Ja Ja, die wird, denke ich, jeder brauchen Wäre so eine Idee Ich muss gleich auch schon auf Höhentour gehen Auf Höhentour, hey Allmanfitebeast musst du eigentlich schon So gut wie am Anfang in deine Höhe gehen Bei Minecraft geht das ja noch so Du kannst vielleicht doch ein bisschen später Aber hier ist es ja schlimm Ich habe gerade Frame Drops Warum auch immer Nein, mein Schwer ist gerade kaputt gegangen Also, wie sieht es nun aus mit dem Thema so Achso, ja, warte Ich such gleich noch eins raus Oh Mann, hier sind ja Oh, hier sind so viele Robatrees und alles Und 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 Mann Warte, dann mache ich mir jetzt aus Holz mein Zeug Wir dürfen auch keine Schweine in den Schnee töten, ne? Keine wat? Schweine Ach, die wird einfach alles, was du willst Einfach getötet Was macht es denn, ob wir jetzt Schweine in der Stadt haben oder nicht? Ja, Mann, das ist so, das ist so das Feeling So Äh, Tee, warte, jetzt einmal kurz hier einen Rundumblick, ob alles sicher ist Ja, ist alles sicher Und jetzt wollte ich aber noch hier eben, habe ich Kupfer gesehen Das wäre ja nämlich schon mal ganz wichtig Hat das was mit dem Thema zu tun? Ja, also ob ich Kupfer mag oder nicht, ist das Thema Achso, achso, okay Ah, hier, so Und zwar, jetzt kann ich mal kurz drauf gucken Reiseziele, Traumautos, Traumberuf von Aevo 1, 2, 3 Also, auch so Traumreisetier, ja? Also mein Lieblings, äh, mein Traumauto ist ein Scirocco in blau Ha, schon erreicht Ähm, äh, ja, weiß nicht Warte, ich schau mal nochmal eben was anderes Ähm, also Naja Warte, was gibt's noch? Ähm, was halten wir von Leuten, die Cracket Minecraft spielen? Von Splexx, äh, Splexcraft mit 2x Also, lieber Splex Das kann ich dir auch mal gerne privat in Skype beantworten Das ist kein Ding Also, wir können dich gerne mal dazuholen Äh, ne, keine Ahnung Ich find's irgendwie Ja, soll man's ausprobieren? Ich hab's auch ausprobiert Erstmal mit der Cracket-Version, sag ich mal Also wenn man's, wenn man's zum Probieren verwendet Ist es ja okay Wenn man da jetzt zum Beispiel auch ganz halt damit zockt Aber ich mein, jetzt bei der Cracket-Version ist es natürlich auch so Dass du jetzt nicht online spielen kannst Es gibt solche Cracket-Server Oder zum Beispiel Feed the Beast und so Kannst du gar nicht zocken, ne? Ne, zum Beispiel, ne? Also, ist halt dann schon sehr eingeschränkt Ich find, allein schon für Feed the Beast sollte man sich Minecraft kaufen Ich meine, das ist das Spiel Man bezahlt 20 Euro und hat so lange was davon Das hat bei mir noch kein anderes Spiel geschafft Wo ich jetzt 50 Euro oder sonst noch wie viel ausgegeben hab Also, ich find auf jeden Fall, es lohnt sich das zu holen Und, jo Ja, ist echt so, ne? Viele sagen ja, Minecraft ist voll das Opfer-Game Aber das ist cool Das hab ich vorher auch mal gesagt Ja, Junge, das ist so vielseitig, ne? Du kannst Mods installieren Du kannst, hast Spielmodi Du hast Server Du hast Mod-Packs Du hast Keine Ahnung, du hast einfach alles, ne? Jo Du kannst alles machen, was du willst Vor allem das Krasse ist auch Die entwickeln das jetzt schon seit Jahren Immer weiter und weiter Andere Firmen sagen, ja hier Hauen wir ein DLC raus Bezahlter Geld dafür Und dann ist gut Und die packen die ganzen Updates einfach so Geben sie ein Das ist schon erste Sahne Auch nochmal ein Dank an Mojang, ne? Ja, hei Also, Not, wenn du das siehst Kannst du auch gerne mal einen Daumen hoch geben Der das wahrscheinlich auch versteht, ne? Ja, Mann Der hat extra Deutsch für uns gelernt Jo So Wie lange nehm ich denn jetzt schon auf? Halbe Stunde oder so, ne? Ich bin jetzt bei 37 Minuten Bin bei 38 Ich weiß nicht Soll ich meine Folge beenden oder nicht? Also, ich mach ne Dreiviertelstunde-Folge Ja, ich mach auch Dreiviertelstunde Die allerdings in 3x15 aufgezeilt ist Ja, Leute Also, bei mir habt ihr gleich mehr Manchmal ist weniger mehr Bin dann noch 5 Tage weg, ne? Dann muss ich halt ein bisschen Ja, dann zock halt länger, ne? Keine Ahnung Vielleicht nämlich morgen Hau nochmal auf Ne, morgen hab ich gar keine Zeit Scheiße Ah, Dienstag Ne, Dienstag kann ich nicht Ne, doch, Dienstag kann ich Warum ist er gerade am Montag? Ich weiß es nicht Dienstag schreib ich zwar eine Arbeit Aber Aber, ja scheiße Alles kann ich ja nicht damit abbauen So Okay, jetzt bin ich Wäre ich bei der ersten Höhle Hätte ich Fackeln Hier leuchtet ein Bienenstock unten drin Warte, hier kann ich mir ja mal Ein Waypoint setzen, ne? Ich glaube, wenn man auf Imker geht, bringt Glaube ich fast gar nichts, oder? Was? Also, wenn man Einen auf Imker macht oder so Also, so viel Vorteile bringt einen Das glaube ich nicht Ich glaube nicht Also, ich hab mich damit noch nicht Auseinandergesetzt, aber So wie es scheint Bringt es nicht so viel So, mein Inventar ist jetzt auch voll Ich baue mich jetzt hier raus So Und dann Oh, mein erster Schatz Sauber Kann man die nur mit Eisenhacke abbauen? Weiß ich gar nicht Ich hab auch eine Eisenhacke Okay Heißt du, ich hab kein Holz dabei Oh mein Gott Eine neue Spitzhacke zu machen Weil hier ist noch so viel Ich hab hier so einen Spalt gefunden Tja Ja man, das ist gerade voll das Problem Ich hab an allen gedacht Nur nicht an den Schal 20 Rubbersamen ist doch mal gut So, dann Mach ich mich jetzt auf den Weg nach Hause Achso, ich wollte mir das hier markieren Und ich sag so, ich geh nach Hause Lauf ich erst mal in die falsche Richtung Ja, ne Passiert New Rainpower Passiert dem Besten Ähm Höhle Äh, kann ich schreiben Höhle Dann Ähm, ja Und ich würde sagen Ich vergesse jedes Mal Fackeln zu setzen Ähm, ja Wenn ihr den Nachhauseweg sehen wollt Dann schaut in der nächsten Folge vorbei Und dann sag ich jetzt mal Ciao, bis zum nächsten Mal Disconnect